Das war alles ziemlich motivierend, was ich heute von euch gelesen habe. Und so ganz habe ich mir gedacht, kann ich mich dann auch nicht im Urlaub verabschieden und gar nichts tun. Deshalb habe ich mir etwas ganz Beklopptes überlegt. Ich bin gestern mal rumgefahren, habe tatsächlich eine Strecke gefunden, die wenigstens am Anfang nicht nur steil berghoch geht. Problem ist vielleicht, ich bin jetzt bei 997 Metern Höhe. Es ist 14 Uhr noch was, glaube ich, Mittagszeit. Es ist jetzt gerade nicht so richtig schattig. Wir sind bei 31 Grad. Mein Frühstück war jetzt nicht so, wie man es vorm Sport vielleicht machen sollte. Aber ich gucke mal hier, was geht. Sportfrei.